Herzlich Willkommen bei Kühne und Nagel. Mein Name ist Alin. Ich bin im ersten Lehrjahr als Kauffrau Internationale Speditionslogistik und heute gebe ich euch einen Einblick in meinen Beruf. Der Unterschied von internationaler Speditionslogistik zu anderen kaufmännischen Berufen ist, dass ich in der Spedition fremdsprachen sehr gut anwenden und sie gefordert werden. Hallo zusammen, ich bin Tim. Ich bin im zweiten Lehrjahr als Kaufmann Internationale Speditionslogistik. Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich, wie man im Laufe der Lehre alle drei wichtigen Bereiche, nämlich Land, See und Luftfracht, durchlauft. Dabei findet man schnell heraus, welche Abteilung einem besser und welche ihnen weniger zusagen. Ein guter Bewerber muss Spass am Beruf haben. Er soll kontaktfreudig sein, weil man mit Kunden von der ganzen Welt tagtäglich zusammenarbeitet. Die Freude an der Sprache ist sehr wichtig, vor allem in Englisch und Interesse in der Geografie soll er auch mitbringen. Die Kühne und Nagel unterstützt lernende Beförderungsprogramme, wie zum Beispiel bei mir ein Sprachenthalter in England. Ich habe mich für die Kühne und Nagel entschieden, weil es weltweit eine der grössten Firmen der Branche ist. 90% der Lehrabsolventen werden nach Abschluss übernommen, was eine gute Absicherung für die Zukunft ist. Bei guten Leistungen in der Schule oder Abteilung gibt es eine Belohnung. Dabei kann man etwas dazu verdienen. Jedes Jahr gehen alle Lehrlinge an einen Ausflug. Letztes Jahr waren wir in Frankfurt an einem Fussballturnier. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick bekommen und wenn es euch gefallen hat, dann bewerben wir doch jetzt.